Heute einfach nur mal noch mal ein kurzes Gartenupdate. Ich werde oder bin schon dabei mir das Farbgraffe raus zu schleppen, mache jetzt die neue Farbdose auf und dann werde ich draußen einfach da weiter streichen, wo mein Spatzel gestern aufgehört hat, weil draußen wunderbarer Sonnenschein, so dass man gleich voll geblendet ist, wenn man raus geht und das musste ich jetzt einfach noch ausnutzen, das Wetter. Auch wenn wir es jetzt schon halb fünf würde so haben. Egal, ich streiche jetzt und hole euch nachher noch mal dazu. Also lang wird das Video heute definitiv nicht. Obwohl, vielleicht mache ich ja doch mal das Kabel da oben dann auch noch. Da kann ja die eine Hälfte Beleuchtung anmachen. Ich lege jetzt mal los und schaue, was ich heute schaft noch. Halb sechs haben wir es mittlerweile. Halb sechs, ich habe gerade nachgeguckt auf die Uhr. Sonne kommt immer noch ein bisschen runter, schön. Und ja, zur nächsten Fahrbahn ist auch fast leer, aber egal. Ich habe einiges jetzt gestrichen. So, die Zwischendinge habe ich nochmal durchgestrichen und die oben entlang und die äußeren Bretter, was außen liegen, habe ich auch nochmal komplett drüber. Und ja, es ist noch nicht das Ende der Fadenstange. Mit der Streicherei definitiv nicht. Aber es wird nicht jeden Mal besser. Und man wischt jetzt einmal drüber und die Farbe bleibt dann schon. Also man merkt, dass wesentlich mehr Farbe jetzt schon drauf ist. Ja, es wird. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das Holz saugt halt wie Sau immer noch. Aber es wird auch immer röter. Ja, und jetzt klemme ich drin noch schnell das Kabel oben. Genau. Und das mache ich jetzt auch noch heute. So, also ganz fertig bin ich hier noch nicht, weil da wird wahrscheinlich mit Sicherheit noch ein dickerer Kabelkanal reinkommen. Das kann man jetzt eigentlich als Prozessorium sehen, weil es muss definitiv noch ein Kabel darüber und komplett nach unten durchgeführt werden. Warum, wieso, weshalb? Ja, nächstes Jahr. So weit, so gut. Und der Innenlichtschalter geht bloß noch auf drüben, so wie ich es gesagt habe. Und dieser Lichtschalter, jetzt kann ich das Licht einzeln schalten, weil die Lichter. Und so gefällt mir das definitiv viel besser. Tja, ein paar Minütchen hätte ich noch. Ich glaube, ich vergreife mich jetzt nochmal an der Markise. Ja, das mache ich jetzt auch. Oder wie spät haben wir es mittlerweile? Kurz vor sechse. Vergreife ich mich nochmal an der Markise oder nicht heute? Ich glaube nicht. Oder doch? Oder auch nicht. Schauen wir mal. Und ich bin doch noch am Dengeln und am Klopfen, dass ich die Dinger wieder ein bisschen nach außen auf die alten Markierungen tun kann. Und dann hoffe ich, dass es funktioniert. Jo, ich kann sie definitiv wieder weiter reinkurbeln. Es hat einmal gehalten. Ich hoffe, dass es auch weiterhin hält und nicht irgendwann wieder einen Schlag gibt. Ich weiß bloß nicht, warum hier die zwei komplett unterschiedlich stehen, aber das ist mir so wurscht, Leute. Markise funktioniert auf alle Fälle soweit wieder. Ding dong, ding dong. Sechse. Ja, es dämmert auch schon. Und ich mache jetzt definitiv hier Feierabend. Das war echt jetzt noch nett. Ich bin zufrieden für heute. Natürlich würde ich gerne länger dableiben. Und hätte auch gerne mehr gemacht. Aber morgen wieder Arbeit. Hilft nichts. Hilft alles nichts. Es wird jetzt auch dunkel. Feierabend. Tchaikovsky, bis zum nächsten Mal. Wenn es gefallen hat, nettes Kommentar, Abo, etc. pp. Und ja, ihr wisst Bescheid. Und Kommentare sind eh immer viel zu wenig. Viel zu wenig. Weg bin ich, Tchaikovsky. Naja, heute habe ich die Farbe am Arm.